Robin Hood Das, meine Freunde, ist ein Überfall. Wir haben einen Spion in unserem Rhein. Ich stelle ihm eine Fall. Ein Silbertransport. Er ist unbewacht, damit keine Aufmerksamkeit erregt wird. Es war Marion. Ich habe Beweise. Ihr habt mich an Robin Hood verraten. Jetzt werdet ihr dafür bezahlen. Robin Hood, die neue Serie. Am nächsten Mittwoch um 21.10 Uhr.